Es gibt eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Kate Middleton, die von vielen Menschen als Verkörperung der königlichen Familie verehrt wird, und Prinzessin Anne, die für ihr unermüdliches Engagement bei der Wahrnehmung königlicher Pflichten bekannt ist. Ich bin neugierig auf ihre Meinung zu dieser Verbindung. In Anbetracht der großartigen Eigenschaften, die sowohl Kate als auch Anne besitzen, kann man davon ausgehen, dass sie ein nahtloses, königliches Duett abgeben werden. Aufgrund des Altersunterschieds und der Verantwortung, die sie tragen, ist ihre Beziehung jedoch komplizierter geworden. Wenn Sie sich unser Video weiter ansehen, werden Sie diese komplexe Verbindung besser verstehen. Es gibt eine Reihe von Perspektiven, aus denen wir die Beziehung zwischen Prinzessin Anne und Kate betrachten können. Betrachten wir zunächst eine gute Verbindung, die zwischen zwei Personen besteht. Prinzessin Anne empfindet besondere Sympathie für Kate Middleton, weil sie der Meinung ist, dass sie es als Mitglied der königlichen Familie schwerer hat, als in ihrem eigenen Leben. Auf die Frage nach den Schwierigkeiten, mit denen Kate zu kämpfen hat, gab Prinzessin Anne, die einzige Tochter der Königin, die selbst einen großen Teil ihres Lebens unter der Beobachtung der Medien verbracht hat, einige Einblicke. Im Rahmen des Dokumentarfilms mit dem Titel Anne, The Princess Royal at Seventy, Anne, die königliche Prinzessin mit 70 Jahren, sprach Prinzessin Anne über die Art der Beobachtung, der jüngere Mitglieder der königlichen Familie durch die Medien ausgesetzt sind. Ihre Einblicke geben Aufschluss über die vielen Herausforderungen, die ein königliches Leben im Rampenlicht der Öffentlichkeit mit sich bringt. Anne räumte ein, dass die Belastungen, denen jüngere Mitglieder der Familie ausgesetzt sind, immer härter sind. Sie stimmte auch zu, dass die starke Medienpräsenz für jüngere Mitglieder der königlichen Familie wie Kate besonders hart sein kann. In ihren Ausführungen ging Anne auf viele Aspekte der Art und Weise ein, in der die Dynamik der heutigen Medien diese Anforderungen noch verstärkt hat. Sie wies darauf hin, dass die Einführung der sozialen Medien den Blick der Öffentlichkeit noch komplexer gemacht hat. Zu meiner Zeit gab es so etwas wie soziale Medien noch nicht, und ich glaube, dass dies die Dinge für mich noch schwieriger gemacht hat, wie Anne bemerkte, wie der Express berichtet. Die Unmittelbarkeit und Reichweite von öffentlichen Kommentaren wurde durch die Plattformen der sozialen Medien erhöht, was die schnelle und weite Verbreitung sowohl positiver als auch negativer Ideen erleichtert hat. Diese nicht enden wollende Flut von Informationen und Reaktionen hat das Potenzial, unablässig Druck auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auszuüben und sie somit einer verstärkten Überprüfung zu unterziehen. Der Einfluss, den die sozialen Medien auf die Überprüfung von Königshäusern haben, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, Instagram und Facebook findet rund um die Uhr eine öffentliche Debatte statt. Dieses Forum ermöglicht die Analyse, Kritik und Diskussion aller Facetten des Lebens einer öffentlichen Person in Echtzeit. Wenn sich jemand wie Kate Middleton, die ständig unter Beobachtung steht, in diesem Umfeld befindet, kann dies ein überwältigendes Gefühl der Entblößung und Verletzlichkeit hervorrufen. Die Unmittelbarkeit der sozialen Medien bedeutet, dass jeder Fehler oder jede vermeintliche Verfehlung schnell zu einem Trendthema werden kann, was den Stress und die Kontrolle, denen die Person ohnehin schon ausgesetzt ist, noch verstärkt. Die Tatsache, dass sich Prinzessin Anne und Kate Middleton zusammengetan haben, um ihre Unterstützung für Königin Elisabeth zu zeigen, ist ein Beweis für die enge Beziehung, die zwischen ihnen besteht. Der Tod von Prinz Philip am Neuen April 2021 war ein bedeutender Moment für die britische Königsfamilie und für die ganze Welt. Über viele Jahrzehnte hinweg war Prinz Philip eine feste Größe in der königlichen Familie. Er war der Herzog von Edinburgh und der Ehemann von Königin Elisabeth II. Sein Tod hinterließ nicht nur eine große emotionale Lücke, sondern stellte auch Königin Elisabeth vor ein logistisches und emotionales Problem. Sie hatte sowohl ihren Lebenspartner als auch eine wichtige Bezugsperson verloren und stand daher in beiden Bereichen vor einem Problem. Nach dem Tod von Prinz Philip wurde es mehr als deutlich, dass die königliche Familie des Vereinigten Königreichs zusammenkommen musste, um Königin Elisabeth in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Es wurde deutlich, dass Kate Middleton, Prinzessin Anne, Camilla Parker-Bowles und Sophie Countess of Wessex zu den wichtigsten Personen gehörten, um den Anforderungen der Königin gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass sie in dieser Zeit der Trauer nicht auf sich allein gestellt war. Nach Berichten von Express und The Mirror haben diese königlichen Damen einen proaktiven Ansatz gewählt, um eine Strategie zur Unterstützung der Königin zu entwickeln. Ziel ihrer Bemühungen war es, sicherzustellen, dass Königin Elisabeth von Menschen umgeben war, die sich große Sorgen um sie machten und in der Lage waren, ihr sowohl emotionalen als auch praktischen Beistand zu leisten. Dieser kooperative Ansatz war besonders wichtig angesichts der einzigartigen Hindernisse, die die Covid-19-Epidemie darstellte, die soziale Verbindungen und Zusammenkünfte reduziert hatte. Prinzessin Anne, die einzige Tochter von Königin Elisabeth, war an der Aktion beteiligt und ihre Teilnahme war besonders bewegend. Annes enge Verbindung zu ihrer Mutter und ihre eigene Erfahrung im öffentlichen Leben waren für sie in dieser schwierigen Zeit eine beruhigende Stütze. Die Verantwortung von Prinzessin Anne umfasste mehr als nur die Aufgaben ihrer Mutter. Aufgrund ihres umfassenden Fachwissens und ihres Verständnisses für die königlichen Abläufe und Anforderungen wurde sie zu einer unverzichtbaren Stütze für die Königin. Auch Kate Middleton, die seit mehr als zehn Jahren Mitglied der königlichen Familie ist, spielte eine wichtige Rolle bei dem Ereignis. Sie konnte sich aufgrund ihrer Fähigkeit, mit den Erwartungen der Öffentlichkeit umzugehen und ihrer wachsenden Rolle innerhalb der königlichen Familie als unterstützende Figur für Königin Elisabeth etablieren. Durch ihre Teilnahme bewies Kate sowohl ihr Engagement für die königliche Familie als auch ihre Fähigkeit, wichtige Aufgaben zu übernehmen, wenn diese erforderlich sind. Darüber hinaus spielten Caroline Parker Bowles, die Herzogin von Cornwall, und Sophie, die Gräfin von Wessex, eine wichtige Rolle bei der Einrichtung dieses Unterstützungsnetzes. Durch Camillas langjährige Präsenz und Sophies zunehmende Sichtbarkeit und ihr Engagement bei königlichen Aufgaben in jüngster Zeit hatten sich beide Frauen als vertrauenswürdige Mitglieder der königlichen Familie etabliert. Camilla war bereits seit sehr langer Zeit Mitglied der königlichen Familie. Die Aufnahme dieser Personen in den Betreuungsplan machte die gemeinsamen Anstrengungen deutlich, die unternommen wurden, um der Königin die notwendige Pflege und Begleitung zu gewährleisten. Die Königin wird nicht allein sein, so eine dem Palast nahestehende Quelle, die diese Information dem Mirror mitteilte. Die Quelle betonte auch, dass sie Menschen haben wird, die sich leidenschaftlich um sie kümmern und ihr in ihrer schwersten Zeit beistehen wollen. Die Bedeutung dieser Zusicherung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, wenn es darum geht, das Engagement der königlichen Familie zum Ausdruck zu bringen, im Angesicht der Traurigkeit vereint zu sein. Außerdem wurde dadurch deutlich, wie wichtig die Unterstützung der Familie ist, um die emotionalen und praktischen Aspekte eines so großen Verlustes zu bewältigen. Darüber hinaus hatten Kate Middleton und Prinzessin Anne die Gelegenheit, an den Olympischen Spielen in London teilzunehmen. Die Olympischen Spiele, die 2012 in London stattfanden, waren nicht nur für die Nation, die sie ausrichtete, ein monumentaler Meilenstein, sondern auch für die königliche Familie des Vereinigten Königreichs, die bei den Feierlichkeiten und der Unterstützung der Spiele eine wichtige Rolle spielte. Da das Vereinigte Königreich zum dritten Mal in seiner Geschichte Gastgeber der Olympischen Spiele war, bekamen die Spiele, die ein weltweites Ereignis sind, das Nationalstolz und Wettbewerbsgeist verkörpert. Eine zusätzliche Bedeutung für das Vereinigte Königreich. Das Vereinigte Königreich hatte die Spiele bereits 1908 und 1948 ausgerichtet. An den Olympischen Spielen 2012 nahm die königliche Familie in einer Weise teil, die sowohl freudig als auch auffallend war. Zu den berühmten königlichen Persönlichkeiten, die mehrfach bei den Feierlichkeiten auftraten, gehörten Kate Middleton, die Herzogin von Cambridge, und Prinzessin Anne, die königliche Prinzessin. Diese beiden Frauen sind mit Prinz Charles verheiratet. In Anbetracht der Tatsache, dass beide ein starkes Interesse an der Leichtathletik haben und eine wichtige Rolle bei der Repräsentation der Nation spielen, war ihre Anwesenheit sehr bemerkenswert. Die Tatsache, dass Kate Middleton und Prinzessin Anne B.I. den Spielen oft zusammengesehen wurden, war ein Beweis für ihre gemeinsame Leidenschaft für die Leichtathletik und ihre Unterstützung für die Wettkämpfer aus dem Vereinigten Königreich. Pop sogar berichtet, dass die beiden Royals auf der Tribüne sitzend gesehen wurden, wie sie sich angeregt unterhielten und über die aufregenden Ereignisse diskutierten, die nun vor ihren Augen stattfanden. Es war klar, dass sie alle von den Olympischen Spielen begeistert waren. Wie man an der Art und Weise, wie sie miteinander umgingen und an der Freude, die sie beim Zuschauen hatten, erkennen konnte. Über die Zuschauertribünen hinaus teilten sie ein Gefühl der Verwandtschaft. Bei einem der Wettkämpfe soll Kate gesehen worden sein, wie sie Anne mit einem Kuss auf die Wange begrüßte. Diese Geste zeigte die enge Freundschaft zwischen den beiden und den gegenseitigen Respekt, den sie füreinander haben. Ihr Umgang miteinander war herzlich und warmherzig. Was die menschliche Verbundenheit, die sie neben ihren königlichen Pflichten haben, unterstrich. Dieser intime Moment erinnerte nicht nur an die zwanglose und unterstützende Seite des königlichen Lebens, sondern auch an die Förmlichkeit und die öffentlichen Auftritte, die stattfinden. Darüber hinaus wurden Kate und Anne während der Segelwettbewerbe gemeinsam auf einem Boot gesehen, was ein weiterer Beweis für ihre Teilnahme an verschiedenen Teilen der Spiele ist. Ein Höhepunkt der olympischen Wettkämpfe waren die Segelwettbewerbe, die auf den Gewässern von Weymouth und Portland ausgetragen wurden. Die Anwesenheit der beiden Royals verlieh dem Sport einen Hauch von königlichem Rückhalt, was eine fantastische Möglichkeit war, die Unterstützung für den Sport zu zeigen. Durch ihre gemeinsame Anwesenheit bei diesen Turnieren haben sie ihr Engagement für die Unterstützung britischer Athleten in einer Vielzahl von Sportarten unter Beweis gestellt. Da die Tochter von Prinzessin Anne, Sarah Tyndall, bei den Olympischen Spielen 2012 an den Reitwettbewerben teilnahm, haben die Olympischen Spiele eine besondere Bedeutung für sie. Die Leistung von Sarah Tyndall erfüllte Anne wie auch die übrige königliche Familie mit großem Stolz. Die Tatsache, dass Sarah Tyndall eine Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb erringen konnte, ist eine bemerkenswerte Leistung in ihrem Bereich des Pferdesports. Die Freude der königlichen Prinzessin über den Triumph ihrer Tochter war unübersehbar und wurde vom ganzen Land bejubelt. Ein Moment der persönlichen und nationalen Freude. Ihre persönliche Geschichte in der Welt des Sports war ein weiterer Faktor, der zu Prinzessin Anne's Unterstützung für die Spiele beitrug. Da sie selbst im Reitsport erfolgreich war, war Anne's Teilnahme an den Olympischen Spielen sowohl persönlich als auch beruflich bedingt. Ihre Begeisterung für den Reitsport und für die britischen Athleten im Allgemeinen war aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in dieser Disziplin von einem Gefühl der Authentizität geprägt. Nach Angaben des Königspalastes bereiten sich Kate Middleton und Prinzessin Anne darauf vor, an weiteren gemeinsamen Unternehmungen teilzunehmen. Die Entscheidung von Prinz Harry und Meghan Markle, von ihren Ämtern als hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses zurückzutreten, ist das bemerkenswerteste Beispiel für die erheblichen Veränderungen, die in den letzten Jahren im britischen Königshaus stattgefunden haben. Infolge dieses Rücktritts haben sich die verbliebenen Kernmitglieder der königlichen Familie neu organisiert, was zur Entwicklung dessen geführt hat, was heute als New Firm bezeichnet wird. Im Zusammenhang mit der Monarchie bezieht sich der Begriff New Firm auf eine neu organisierte Strategie, in deren Mittelpunkt eine Kerngruppe von hochrangigen Mitgliedern des Königshauses steht, die zusammenarbeiten, um ihre öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen und Wohltätigkeitsprojekte zu fördern. Mit dieser neuen Regelung werden die wichtigsten Mitglieder der königlichen Familie ermutigt, zusammenzuarbeiten und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu bewahren. Dies trägt dazu bei, dass ihre gemeinsamen Bemühungen auf die Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen ausgerichtet sind. Dem Observer zufolge ist Königin Elisabeth Sisseggen, die treibende Kraft hinter dieser neuen Organisation. Sie steht einer Gruppe von sieben hochrangigen königlichen Persönlichkeiten vor, die die neue Firma bilden werden. Mit Ausnahme von Prinz Edward gehören Prinzessin Anne, Kate Middleton, Prinz William, Prinz Charles, Camilla Parker Bowles, Prinz Edward und Sophie, Gräfin von Wessex zu dieser Gruppe. Die Gründung der neuen Firma verdeutlicht einen strategischen Wandel in der Herangehensweise der königlichen Familie an ihrer Arbeit. Dieser Schritt spiegelt die Notwendigkeit der Anpassungsfähigkeit als Reaktion auf die ständigen Veränderungen in der Öffentlichkeit und in den Medien wider. Die stärkere Zusammenarbeit zwischen Kate Middleton und Prinzessin Anne ist eines der wichtigsten Merkmale dieser neuen Struktur. Es gibt noch weitere wichtige Aspekte. Innerhalb der königlichen Familie haben Anne und Kate ihre eigenen Einflussbereiche immer weitgehend voneinander getrennt gehalten. Sowohl Anne, die für ihre zahlreichen königlichen Engagements und ihren konventionellen Stil bekannt ist, als auch Kate, die bei Wohltätigkeitsveranstaltungen und öffentlichen Auftritten einen moderneren Ansatz verfolgt, haben in ihrer jeweiligen Laufbahn unterschiedliche Rollen gespielt. Um die neue Firma zu gründen, ist es jedoch notwendig, dass die beiden eine engere Arbeitsbeziehung zueinander haben. Anne und Kate müssen als Mitglieder der neuen Firma gemeinsam an gemeinsamen Unternehmungen teilnehmen. Diese Unternehmungen können persönlich oder digital stattfinden. Es ist gut möglich, dass sie aufgrund dieser neuen Dynamik regelmäßiger an Veranstaltungen des jeweils anderen teilnehmen und bei I-Wohltätigkeitsveranstaltungen zusammenarbeiten werden. Ziel der Partnerschaft ist es, die Sichtbarkeit ihres gemeinsamen Engagements für eine Vielzahl von Themen zu erhöhen und die Wirkung ihrer individuellen Bemühungen für diese Zwecke zu verstärken. Die neue Firma soll ein einheitliches Gesicht zeigen, in dem ihre Mitglieder sich gegenseitig bei ihren offiziellen Verpflichtungen und ihrer philanthropischen Arbeit unterstützen, während sie ihre jeweiligen Aufgaben wahrnehmen. Die Notwendigkeit, die Beteiligung und Unterstützung der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten, spiegelt sich in diesem kooperativen Ansatz wider, der eine bewusste Anpassung an die sich verändernde Situation des Königshauses darstellt. Das Ziel der neuen Firma ist es, die gemeinsamen Aktivitäten ihrer Mitglieder zu präsentieren und eine einheitliche königliche Präsenz zu zeigen. Dies wird durch die Förderung der gegenseitigen Wohltätigkeitsspenden erreicht. Ein frühes Engagement für diesen kooperativen Ansatz hat sich bereits in den Aktivitäten gezeigt, die die neue Kanzlei unternommen hat. So versammelte sich die Gruppe während der Covid-19-Epidemie zu einem Videochat, um den Angehörigen der Gesundheitsberufe Respekt zu zollen. Damit wollten sie ihre kollektive Unterstützung und Bewunderung für diejenigen demonstrieren, die an vorderster Front tätig sind. Dieser Akt der Zusammengehörigkeit und Solidarität entspricht den grundlegenden Idealen der neuen Firma, und unterstreicht, wie wichtig es ist, eine zusammenhaltende königliche Familie darzustellen, insbesondere in schwierigen Zeiten. Die Geschichte der Kleider von Prinzessin Anne gilt als Inspirationsquelle für Kate Middleton, auch wenn sie sich dessen vielleicht nicht bewusst sind. Es ist allgemein bekannt, dass Kate Middleton aufgrund ihres tadellosen Stils, der sich durch eine elegante, raffinierte und zeitlose Ästhetik auszeichnet, von vielen Menschen sehr geschätzt wird. Jüngste Beobachtungen deuten darauf hin, dass sie sich möglicherweise von Prinzessin Anne, der königlichen Prinzessin, inspirieren lässt, deren modischer Einfluss in den 1970er Jahren sehr groß war. Ihre Kleiderwahl wird oft analysiert und gelobt, und jüngste Beobachtungen legen nahe, dass sie sich möglicherweise von Prinzessin Anne inspirieren lässt. Prinzessin Anne, die in den 1970er Jahren für ihre einzigartigen und oft gewagten Mordestatements berühmt war, setzte Trends, die sich über die Jahrzehnte gehalten haben. Sie trug in dieser Zeit raffinierte, taillierte Formen, die in letzter Zeit auch bei Kate Middletons öffentlichen Auftritten zu sehen waren. Diese Silhouetten gehörten zu ihrer Kleiderwahl in dieser Zeit. Eines der bemerkenswertesten Beispiele ist Kates grünes Kleid. Dieses Kleid hatte lange Ärmel und einen hohen Ausschnitt, eine Form, die an eines bevorzugten Stil in ihrer Jugend erinnert. Aufgrund der auffallenden Ähnlichkeit zwischen diesem Kleid und dem berühmten Stil der Prinzessin hat es die Aufmerksamkeit von Modefans und königlichen Beobachtern auf sich gezogen. Es gibt mehr als einen Vorfall, bei dem das grüne Kleid zum Einsatz kam. Nach der Geburt ihres jüngsten Kindes, Prinz Louis, wurde Kate Middleton in einer Reihe von Kleidern gesichtet, die von den 1970er Jahren inspiriert waren. Prinzessin Anne wird zugeschrieben, dass sie die Verwendung von glockenförmigen Ärmeln und hohen Ausschnitten populär gemacht hat. Beides findet sich in diesen Outfits wieder. Die Wiederkehr von Retro-Trends in Kates Garderobe erweckt den Eindruck, dass sie sich bewusst bemüht, den Modeentscheidungen der Vergangenheit zu huldigen, insbesondere denen, die Prinzessin Anne bevorzugte. Es ist möglich, dass Kates Auswahl eine subtile Hommage an den fortwährenden Einfluss der königlichen Prinzessin ist und auch ihren Respekt für klassische Eleganz widerspiegelt. Das Jahrzehnt der 1970er Jahre war geprägt von Prinzessin Annes Kleiderwal, die sich durch eine Kombination aus traditioneller Eleganz und moderner Innovation auszeichnete. Sie war dafür bekannt, dass sie klassische Elemente mit modernem Flair kombinieren konnte, was ihr ein unverwechselbares Erscheinungsbild verschaffte, das sowohl anspruchsvoll als auch zukunftsorientiert war. Kate Middleton scheint diese Mischung aus Alt und Neu zu gefallen, was sich darin zeigt, dass sie Designs, die von historischer Mode beeinflusst sind, in ihre aktuelle Garderobe integriert. Die Tatsache, dass sich ihre Modeauswahl ähnelt, unterstreicht nicht nur die Tatsache, dass sie eine ähnliche Ästhetik haben, sondern auch einen größeren Trend, der darin besteht, Designs aus der Vergangenheit in der heutigen Zeit wieder aufzugreifen und neu zu interpretieren. Abgesehen vom Bereich des Designs ist es sehr wahrscheinlich, dass Kate Middleton sich auch an Prinzessin Anne orientiert, wenn es um die Art und Weise geht, wie sie ihre königlichen Pflichten angeht. Aufgrund ihrer rigorosen Arbeitsmoral und ihres unermüdlichen Engagements für ihre königlichen Pflichten wird Prinzessin Anne manchmal als eines der Mitglieder der königlichen Familie bezeichnet, das sich am meisten anstrengt. Aufgrund ihres Engagements im öffentlichen Dienst und ihrer aktiven Teilnahme an humanitären Aktivitäten wurde innerhalb der königlichen Familie ein hoher Standard geschaffen. Da Kate die nächste in der Thronfolge ist und sich immer aktiver an einer Vielzahl von königlichen Aktivitäten beteiligt, ist es möglich, dass sie sich ihre Arbeitsmoral und ihr Engagement an Prinzessin Anne orientiert. Der Wechsel von der frischgebackenen Mutter zu einer berühmten königlichen Persönlichkeit erfordert nicht nur eine Betonung des Stils, sondern auch, dass die Empfängerin ihre öffentlichen Verpflichtungen mit Eleganz und Verantwortung erfüllt. Wenn es darum geht, sich in ihrer neuen Position innerhalb der königlichen Familie zurechtzufinden, könnte Kate Prinzessin Anne's Beispiel für unbeirrte Hingabe und ihre Fähigkeit, hochkarätige Veranstaltungen mit einer persönlichen Note zu verbinden, als guter Ratgeber dienen. Ein bemerkenswertes Beispiel für die Weitergabe des königlichen Stils über die Generationen hinweg ist die Tatsache, dass Kate Middletons Kleiderwahl fast identisch mit der von Prinzessin Anne ist. Sie gibt einen Einblick in die zyklische Natur der Mode, die durch die Wiederaufnahme und Neuinterpretation früherer Trends gekennzeichnet ist, um modernen Vorlieben gerecht zu werden. Darüber hinaus unterstreicht es den Respekt und die Wertschätzung, die Kate für das Erbe hat, dass Prinzessin Anne sowohl in der Modeindustrie als auch bei der Bereitstellung königlicher Dienste hinterlassen hat. Eine weitere Facette der Verbindung zwischen Kate und Prinzessin Anne wird gleich noch zur Sprache kommen. Es ist möglich, dass es eine Zeit gab, in der die Beziehungen zwischen Kate Middleton und Prinzessin Anne ein wenig unterkühlt waren. Am 22. Juli 2013 wurden Kate Middleton und Prinz William mit der Geburt ihres ersten Kindes, Prinz George, zum ersten Mal Eltern. Die Geburt wurde auf der ganzen Welt mit großer Freude aufgenommen. Die Geburt eines neuen britischen Thronfolgers wurde in allen Teilen der Welt bejubelt und das Ausmaß der Medienberichterstattung zu diesem Anlass war beträchtlich. Die Haltung von Prinzessin Anne gegenüber der Geburt war hingegen deutlich weniger herzlich und trotz der großen Freude, die mit der Geburt verbunden war, eher umstritten. In den Monaten vor der Geburt von Prinz George wurde Prinzessin Anne, die einzige Tochter der Königin, über die bevorstehende Ankunft des Prinzen befragt. Als Anne nach ihren Gefühlen zu dem neuen Mitglied der königlichen Familie gefragt wurde, war ihre Antwort kurz und zeigte einen bemerkenswerten Mangel an emotionaler Bindung. Obwohl es nichts mit mir zu tun hat, ist es eine wirklich ermutigende Nachricht. Diese Bemerkung, die vom Express veröffentlicht wurde, wurde von mehreren Personen als glanzlose oder sogar verächtliche Anerkennung eines wichtigen Ereignisses, das die Familie erlebte, angesehen. Anne's Äußerung stieß auf eine prompte und scharfe Reaktion des Publikums. Viele Menschen äußerten ihre Unzufriedenheit in den sozialen Medien und einige von ihnen bezeichneten ihre Antwort als traurig, hart und kaltschneuzig. Die Erwartung, dass ein so bedeutsames Ereignis in der königlichen Familie mit begeisterter Unterstützung und Zuneigung von allen Mitgliedern aufgenommen werden würde, insbesondere von denen, die der unmittelbaren Familie so nahe stehen wie Prinzessin Anne, war die treibende Kraft hinter der Reaktion der Öffentlichkeit. Eine kulturelle Sensibilität für öffentliche Reaktionen auf intime und freudige Anlässe spiegelte sich in der Kritik wider, die gegen Annes Erklärung gerichtet war. Wenn es um frischgebackene Eltern geht, insbesondere wenn es sich um Mitglieder der königlichen Familie handelt, erwartet man in der Regel eine wohlwollende und unterstützende Reaktion der Öffentlichkeit. Jede Abweichung von dieser Tendenz kann zu öffentlicher Kritik führen. Die Reaktion, die Anne in diesem Fall zeigte, wurde als hinter diesen Erwartungen zurückbleibend angesehen, was den Eindruck entstehen ließ, dass sie unsensibel war. Die Tatsache, dass Prinzessin Anne seit langem für ihr direktes und oft schroffes Auftreten bekannt ist, sollte in Betracht gezogen werden. Ihre realistische und nüchterne Haltung ist typisch für ihr Vorgehen bei öffentlichen Äußerungen und ihre Funktion innerhalb der königlichen Familie. Sie ist auch für ihr Engagement in der königlichen Familie bekannt. Obwohl diese Eigenschaft manchmal zu Äußerungen führt, die als weniger herzlich oder liebevoll angesehen werden könnten, spiegelt sie auch ihre direkte Art wieder. Darüber hinaus waren Prinzessin Anne und Kate Middleton B.I. diesem königlichen Treffen auch in eine unangenehme Situation verwickelt. Es gibt Zeiten, in denen familiäre Beziehungen, auch innerhalb der königlichen Familie, gelegentlich zu Spannungen und Peinlichkeiten führen können. Ein Beispiel dafür ist ein Vorfall, der sich 2016 während des Royal Ascot ereignete und an dem Kate Middleton und Prinzessin Anne beteiligt waren. Royal Ascot gilt als eines der wichtigsten Pferderennen im Vereinigten Königreich und ist häufig Schauplatz hochkarätiger Festivitäten sowie von Momenten der Verbundenheit zwischen der königlichen Familie. Die Herzogin von Cambridge, Kate Middleton und Prinzessin Anne, die königliche Prinzessin, führten beim Royal Ascot 2016 ein Gespräch, das zwar nicht offenkundig war, aber dennoch bemerkenswert. Dieses Gespräch hat viel Aufmerksamkeit erregt. Der Vorfall soll sich um eine Broschüre gedreht haben, die Prinzessin Anne in der Hand hielt, während sie in der Nähe von Kate stand. Dies berichtet der Independent. Auf Bildern, die während der Veranstaltung aufgenommen wurden, ist Anne zu sehen, wie sie Kate vermutlich Fragen zu der Veranstaltung stellt, während sie mit einer Broschüre herumfuchtelt. Im Rahmen dieses kurzen Gesprächs rückte die Broschüre, die wahrscheinlich Informationen über die Rennen und andere Fakten über die Veranstaltung enthielt, in den Mittelpunkt. Kates Reaktion wurde auf den Fotos festgehalten und sie zeigte ein deutliches Augenrollen. Dies war eine Bewegung, die trotz ihrer Subtilität ein deutliches Gefühl der Unzufriedenheit oder des Missfallens vermittelte. Kate Middleton ist bekannt für ihr ruhiges und professionelles Auftreten, besonders wenn sie in der Öffentlichkeit auftritt. Ein Blick auf eine nicht ganz perfekte Verbindung zwischen den beiden königlichen Damen B.I., diesem speziellen Anlass in Royal Ascot, bot eine seltene Gelegenheit, das Gespräch zu beobachten. Das Augenrollen, eine Bewegung, die oft mit Anzeichen von Ungeduld oder Ärger verbunden ist, stand in krassem Gegensatz zu Kates typisch ruhiger und gefasster öffentlicher Erscheinung. Über den Inhalt des Gesprächs oder die Fragen, die Prinzessin Anne gestellt hat, herrscht noch Unklarheit. Andererseits ist die Tatsache, dass Anne mit dem Büchlein herumhantierte, während sie sich mit Kate unterhielt, ein starkes Indiz dafür, dass es in dem Gespräch um Einzelheiten oder Komponenten der Veranstaltungslogistik gegangen sein könnte. Die Reaktion von Kate, die auf den Bildern eingefangen wurde, deutet darauf hin, dass das Gespräch als extrem gründlich oder pedantisch empfunden wurde, was dazu führte, dass sie offene Anzeichen von Ärger zeigte. Prinzessin Anne hat etwas darüber zu sagen, wie Kate Middleton und Prinz William ihre königlichen Pflichten wahrnehmen, und es ist ein Geheimnis, das der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Prinzessin Anne gab der Vanity Fair ein ehrliches Interview, in dem sie ihre Ideen über die sich verändernde Natur der königlichen Pflichten und ihre Ansichten über die Art und Weise, wie die jüngere Generation der Royals ihre Verpflichtungen angeht, erörterte. Die Äußerungen von Anne zeigten eine kritischere Sicht auf die Art und Weise, wie das zeitgenössische königliche Leben gehandhabt wird, obwohl sie dafür bekannt ist, diejenige Königin zu sein, die insgesamt am härtesten arbeitet. Die selbstironische Aussage, die Anne über sich selbst machte und die ihr langjähriges Festhalten an den konventionellen königlichen Pflichten zeigt, war, dass sie sich selbst als den langweiligen alten Kauz der königlichen Familie bezeichnete. Obwohl sie zugab, dass ihre Vorgehensweise einigen Leuten archaisch erscheinen würde, rechtfertigte sie ihre Taktik, indem sie die Beständigkeit und den Erfolg ihrer Vorgehensweise hervorhob. Im Laufe ihrer Regentschaft habe sie das gleiche Engagement und die gleiche Art und Weise beibehalten, mit der sie ihre königlichen Aufgaben wahrgenommen habe, so Anne. Die königliche Prinzessin machte deutlich, dass sie mit dem, was sie als Bruch mit den üblichen Verfahren der jüngeren Mitglieder der königlichen Familie ansah, unzufrieden war. Sie sagte, »Ich glaube nicht, dass die Menschen dieser jüngeren Generation verstehen können, was ich in der Vergangenheit getan habe. Sie suchen mehr als je zuvor in der heutigen Zeit nach einem neuen Weg.« Anne's Besorgnis darüber, dass die Versuche der jüngeren Generation, die königlichen Aufgaben zu erneuern oder zu aktualisieren, gelegentlich die bewährten Techniken, die sie für nützlich hält, außer Acht lassen, spiegelt sich in dieser Bemerkung wieder. Anne's Kritik bezog sich auch auf die von ihr wahrgenommene Tendenz der jüngeren Royals, neue Gewohnheiten zu entwickeln, anstatt sich an die bewährten zu halten. Ihre Antwort, die einen klaren Hinweis auf ihre Unzufriedenheit darstellt, lautete wie folgt, »Bitte erfinden Sie das Rad nicht neu. Es gibt einige dieser Dinge, die nicht funktionieren.« Die Tatsache, dass sie diese Bemerkung machte, zeigt, dass sie der Meinung ist, dass einige Teile des königlichen Lebens und der Traditionen in ihrem jetzigen Zustand erhalten werden sollten, auch wenn sie im Vergleich zu modernen Normen archaisch erscheinen. Ein weiterer Vorschlag von Anne war, dass es den jüngeren Mitgliedern der königlichen Familie besser gehen würde, wenn sie eine grundsätzlichere Einstellung zu ihrem königlichen Lebensstil einnehmen würden. Im Gegensatz zu den moderneren und manchmal aufsehenerregenden Methoden, die Kate Middleton und Prinz William angewandt haben, deutet dieser Rat darauf hin, dass ein konventionellerer und grundlegenderer Ansatz für die Erfüllung der königlichen Pflichten erforderlich ist. Indem Anne für eine Rückbesinnung auf das Wesentliche plädiert, unterstreicht sie die Bedeutung der Bewahrung der grundlegenden Überzeugungen und Werte, die der königlichen Familie im Laufe ihrer Geschichte als Fundament gedient haben. Was denken Sie über die Verbindung zwischen Kate und Prinzessin Anne? Nutzen Sie das nachstehende Feld, um uns Ihre Gedanken mitzuteilen. Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie dieses Video nützlich fanden. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu teilen und es zu liken, wenn es Ihnen gefällt. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich dieses Video anzusehen. Und wir sehen uns in den nächsten Filmen wieder. Beste Wünsche!